Mein Name ist Jürgen Fürther. Ich bin seit 2011 beim Zaunteam. Mein Standard ist in Schwäuch, das ist in der Nähe von Kufstein in Tirol. Ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Mein Ziel war in erster Linie einfach eine mögliche finanzielle Unmöglichkeit zu schaffen, dass es mir einfach möglich ist, mit dieser Arbeit, mit der Selbstständigkeit meine Familie und meine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Ich wollte eigentlich am Anfang, immer war meine Idee, die eigentlich immer nur ein Team haben, auch möglichst klein zu halten und einfach nicht wirklich große Ideen gehabt oder Pläne gehabt, sagen wir von dem her. Im Laufe der Zeit ist die Arbeit immer mehr geworden und immer mehr geworden und das Feedback von den Kunden ist immer besser geworden und jetzt inzwischen haben wir eigentlich sehr viel Arbeit. Ich glaube Highlight in dem Sinne, ein Highlight ist sicher, wenn man sehr positive Kundenresonanz bekommt. Da haben wir für eine Kundschaft einen Zaun aufgestellt und es war eigentlich ein relativ einfacher Zaun, aber die Kundschaft war so happy und er hat ihr so gut gefallen und dass sie sich sogar, ohne dass sie das angefordert hat, hat sie an die Zentrale eine Mail geschickt und sich einfach bedankt für die gute Arbeit und wie schön, dass das war und einfach ein positives Feedback über meine Tätigkeit vom Anfang vom Verkauf der Beratung bis dann zur Montage hin einfach so abgegeben hat und das ist sicher ein Highlight, wenn man sowas erlebt, sage ich.